Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play TBP Trivolos Big Bag, Minecrafters, Blocks the Game, wie das Tweety gesagt Ja, ich hab jetzt einfach, weil ich gedacht hatte, komm, mach's mal eine kürzere Folge, damit du das schnell hochladen kannst Halt ich da einfach schon einen Cut gesetzt So, ich muss da dann mal ganz kurz meinen Eltern helfen Äh, jetzt hör ich auch gar nicht mehr, wo ich eben dran, oder ihr sagt, für euch gestern dran war Komm, nehmen wir noch mal die Deceptings mit Ah ja, bei Portal Stories war ich dran Ähm, ich hänge einfach so unglaublich fest bei diesem Spiel Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich hier noch so zwölf Folgen hochlade, wo ich in dieser Testkammer rumsetze Da würde ich es lieber so machen Wenn ich weiter weiß, nehme ich eine Folge auf Mach weiter Also das wird dann eher bei mir so schubweise kommen Das wird jetzt kein dauerhafter, seit Oh, da haben wir schon kaputt Ähm, das wird kein dauerhafter Zustand bei mir bleiben Also wenn dieses Projekt vorbei ist, muss ich mal schauen, dass ich das irgendwie anders hinkriege Weil es ist irgendwie schon Es ist interessant gemacht, dieses Portal Stories Aber es ist echt verdammt schwer Das habt ihr ja mitbekommen Gut Ja, wieder schön Was an Holz Und Was hat das gerade so geruckelt Muss ich mir Angst machen Äh, Sorgen machen Flop Oh, hier ist echt noch schön fest Salz Komm, Clay würde ich auf jeden Fall mitnehmen So, da haben wir jetzt aber Clay Ich muss auch irgendwann mal den Crazy wieder für eine Aufnahme schlampfen Vielleicht riech ich den gleich nochmal ganz kurz ran Obwohl, warte mal ne, heute ist es doof Ich muss jetzt auf jeden Fall schauen, dass ich vier Folgen wieder vorproduziere und da will gerade mein Bildschirm wieder ausgehen Ja, falls ihr das nicht Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erklärt habe, aber ich habe einen PC Äh, einen Bildschirm Der ist offiziell im Fernseher Und wenn der längere Zeit kein Signal mehr bekommt Dann denkt ihr ja, okay, der ist gar nicht da Dann schalte ich mich aus So Wollen wir aber nicht Monsterfalle müsste ich eigentlich auch mal bei mir bauen So Dann machen wir jetzt mal neue Woody So Ja, das gibt wieder ein paar Das wird aber glaube ich immer neue Schreischen 6x6 im Sechsten Ich kriege mit dem Holz noch nicht mal Alter, Alter, Respekt Dann mache ich erstmal zwei Schichten hoch Und dann stocken wir das eigentlich immer wieder was auf Ich könnte eigentlich auch mal Komm, ich schreibe ich mal schnell den Mad Dog, da geht das schneller So 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 Immer schön nachfüllen So ist kein Leerlaufen steht 3 Den Aborto Ich bin auch im Überlegen, worüber ich meine Stromquelle laufen lasse Meine Energieversorgung So Das haben wir abriert Das kommt hier rein Sehr schön Und dann reißen wir das einmal ganz kurz auf Wieso Ich will es nicht wissen So und jetzt sollte das sich eigentlich Jawohl 576.000 Da ist doch schon mal Gott So Dann gehen wir mal ganz kurz hier was runter Und müssten dann hier Auch mal hier so Ähm Ich darf jetzt nicht Ich kriege einen Affen und Enden Hans Gut Das war alles nochmal umsonst Äh Schön fail bisher Äh Wahnsinn Mann 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 Der nächste Mal wieder wird es ein bisschen schlau dastehen Und dann das Dankeschön Merke ich mir Habe ich auch lieb Ich glaube in der nächsten Folge machen wir einfach ein bisschen Ausrüstung Schauen wir mal, wir haben jetzt ein bisschen was on Osmium Das werden wir da mal ein bisschen Osmium raus machen Und dann vielleicht noch mal im Nether was Adelt und Kobelt suchen Um schon mal was ordentliches Rüstung zu machen Was ich aber ganz schnell Oder eher vorher mal kurz machen würde Ich würde gerne mal der Level mal sichern Weil die können wir echt noch gut gebrauchen Weil ich habe ja erzählt Ich wollte so ein bisschen auf die Ender-Io-Schiene gehen Komm mach mal 5x5 Dann passt das auch Vielleicht passt das ja dann auch so 5x5x5x25 Das könnte passen Ja, dann machen wir so einen Tank Zuck, zuck Ich hatte nicht ernsthaft drin vergessen Ah, hier Ah so, 600.000 Sehr schön So, jetzt sollten wir Hab ich mich gerade erschrocken Ich dachte, was ist jetzt kaputt So, mach mal hier Ah, das war aber zu weit Ah, Wasser So Äh, nee Hier, dann den wollte ich haben Machen wir hier Machen wir hier Einen Kanal rüber So Dann machen wir Echt Dann mal bis hier So Und das gleiche machen wir dann auch mal hier in die Richtung So Bis hier Nein Das Ganze müssen wir dann noch befüllen lassen Weil wir kriegen ja hier kein Regenwasser rein Ah, jetzt hab ich da ein Platziert Juhu Okay, mal Zucker rum Müsste ich dafür einmal ganz kurz abernten So So Das haben wir dann auch Ich würde eigentlich auch ganz gerne mal hier so ein Magiebot mal machen Habe ich lange nicht mehr gemacht Also Botanien jetzt hätte ich jetzt eher nicht so dazu So Wollte ich das Ja komm Machen wir das Was besser Alter, wollt ihr mich das komplett verarschen? Minecraft liebt mich heute wieder Machen wir das so Dann können wir das nämlich hier Auch noch so machen Dann Einmal Hier so Nein Hier Drei Dann hier drei Und hier drei Und natürlich auch noch Hier Zwei Drei Eins Zwei Drei Sehr schön So Das letzte Was wir jetzt noch brauchen Sind Diese Channel Valves Oder? Wart mal Hießen die nicht Sprinkler? Sprungler Jawoll Hier Sprinkler Die meinst du Die brauchen wir So Futter mal nochmal ganz schnell weit Das kann hier rein Kommt den Tum auch hier zu Werde So Und ich lebe meine Eltern Kommt Hier haben wir noch einen Kupfer aufgebaut Das eine Kaliner Regenerator hat sich bisher bewährt Kommt statt einen Kupfer Schweißen wir mal nicht Steck-Kupfer rein Das ist ja so Kann man ja nicht angehen So Ah Wir haben hier sogar noch Hier Ein Iron Und Alter ist das teuer Jetzt will ich mal ganz schnell schauen Ob man das auch so setzen kann Ja sehr schön Dann setzen wir da und da noch einen hin Also auch ich Eins Zwei Drei Sechs Zwölf Also jetzt nur noch elf So Ach du scheiße Das ist eine verdammt teure Geschichte So Ordentlich Sprinkler haben wir Und das Eisen ist schon wieder so gut wie weg Das war ein Zwei Das war das Das war das Jetzt Ender-Man-Frei-Zone Hier wird aufgenommen Tschüss Junge Ich sagte Tschüss Tschüss Meine Ender-Perle Meine Ender-Perle So ging das auch so Ne Das musste man wirklich hier ansetzen Okay Gut Dann brauchen wir schon wieder eine Ender-Perle So Da werden jetzt Drei nicht so schnell wachsen Das können wir aber verkraften Das können wir verkraften Hahahaha So Die Ender-Perle sichern wir mal schnell Das ist schon unsere zweite Jetzt kann man das hier eigentlich schon Gutes machen Hülsha Ja Junk-Loader Ender-Dinner-Haiter Void-Stone Raze-Perle ist ja cool animiert Kommt Geht das doch gar nicht Na Jetzt nur noch hier die ganzen Ender-Serge-Sachen oder wat Warte 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 Item-Router Ender-Collector Ender-Infused Obsidian Ja Die Transfer-Notes Teleposer Traveller's Wings Storage-Unit Und ein Augment-Space-Time-Flux-Unifier Boah Kraft-Eminen-Stone Was ist denn das? Portal to the Last Millennium Okay, jetzt habt ihr mich neugierig gemacht Sontantio Wisst ihr wat Wir gehen jetzt einfach in der nächsten Folge zum Last Millennium Bin ich mal gespannt was das ist Okay, was wir jetzt aber noch brauchen ist etwas um das Wasser aufzufüllen Da wollte ich ein Reservoir machen Obwohl das Wort wieder heißen Da wollte ich einen Aquaeus Accumulator machen Der braucht nicht ganz so viel Eisen Das sind 1, 2, 3, 4, 5 10 Eisen 1, 2 1, 2 Und jetzt dann da Haben wir Glas Glas haben wir nicht Glas kriegen wir sofort Junge, 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 Eisen verschwindet so krass schnell Also ich finde Eisen ist echt ein bisschen unbalanced Quite viel Glas Ich liebe es vom Aussehen her Ein Pneumatic Servo Ein Zinsanrad Sooo dann Dann Was war das? Warte noch Das waren 2 Kupferzahnräder Wisst ihr wat Da mach ich jetzt gerade echt mal freiwillig die Buildcraft Variante Hier mal noch ein paar Achievements Ein Copper Gear Und dann Brauchen wir noch so eins What Cobblestone Komm der braucht nicht so Ja das kommt man noch schnell Komm schon Gib uns Kuba 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 Ah das hast du ich glaub an dich Oh lol Ich hab grad irgendwie gedacht dass wir Oh ach warum hab ich das eine Zara vergessen So Was kommt nochmal aus der Schirne? Ok Gut dann Sooo Beim Alex Servo Machine Frame Zwei 5T Glass Und Le Bouquet Und wir haben ein Acreos Accumulator Und wir haben auch nochmal einen Bucket Weil wir den brauchen Was ich halt mal mache weil ich das irgendwie cool finde Sooo Kobbel Mache ich hier mal eine Kobbelwand hin Mache ich hier mal eine Kobbelwand hin Obwohl die mache ich nochmal eins nach hinten So Machen wir hier so ein bisschen Design rein So der entzieht jetzt gerade hier schon so was Wasser aber Wauw Wow Oh da tut der das Braucht der Strom Ne Normalerweise Ähm Dann sieht er so schon was Oh Oh Nehst du da wieder rein? Danke Da wollte ich jetzt noch so einen kleinen Pool aufbauen, soll ich nenne ich es mal. Komm jetzt brauchen wir doch noch was hiervon. Soll ich heute nenne ich, was ich alles wollte. Ja ich weiß nicht, ich will vieles, aber warte mal die Kohle ist alle. Komm nehmen wir mal hier die Coke-Cole, das müssen wir auch noch mal abfüllen, so und dann gehen wir einmal ganz kurz hier oben Wasser holen. Wir haben hier zum Glück noch eine schwarze Quelle im Haus. Und dann machen wir das jetzt einmal richtig mit Skill und Design. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt wieder nicht vertreten zu bla bla bla, ist schon Skill. So, noch ein Wasser, ich hätte auch hier einfach was holen können. Machen wir dann einmal so, dann haben wir hier eine, da eins und da eins. Und dann füllt sich das jetzt hier schon, aber hier nicht. Jetzt sagen wir nicht, wir müssen dann wirklich davon... Da teste ich das mal ganz einfach. Ich glaube ich weiß, was da fehlt. Ja. Jut. Heute hätte ich hier wieder Chaos pur bei mir, ihr merkt das schon. Ich bin wieder höchst produktiv dabei bei der Sache und so weiter. Und ja, ich schwöre mir noch selbst am Reden zu. Ich habe eine wundervolle Stimme. So. Da mache ich gleich mal ganz schnell einen Valve, dann werde ich das mal schnell wissen. Ein Hebel, ein Channel und ein Iron. Ein letzter Weiber noch, die wir haben. Ja ok, wir haben noch 47 offiziell, aber muss ich noch machen. Ja. Das sollte dann jetzt hier... Das mache ich jetzt in der nächsten Folge, mache ich dann mal richtig. Ich kriege einen Kotzanfall gerade wieder. Das mache ich in der nächsten Folge richtig. Und dann besuchen wir auch in der nächsten Folge das Last Millenium. Hoffentlich zumindest. Weil das habe ich jetzt echt heiß gemacht. Ich würde sagen, wenn ich die Folge trotzdem gefallen habe, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ich eine gute Idee habe, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.